Zeig der Welt dein schönstes Gesicht. Mit der elektrischen Silvercrest Gesichtsreinigungsbürste. Sie reinigt nicht nur sanft und gründlich, sondern strafft auch deine Haut. Für die Reinigung kannst du einfach dein gewohntes Waschgel benutzen. Die weichen Silikonnoppen sorgen für eine gründliche und vitalisierende Reinigung. Täglich 15 Sekunden pro Gesichtspartie lassen deine Haut merklich feiner und weicher werden. Einmal umgedreht kannst du ihr außerdem mit der Massage-Seite eine Verjüngungskur verpassen. Ganz nach deinem Hautgefühl wählst du zwischen 6 Reinigungs- und 3 Massage-Vibrationsstufen. Dank der wasserabweisenden Oberfläche kannst du die Bürste auch ganz einfach beim Duschen verwenden. Und mit dem USB-Kabel ist sie im Nu wieder aufgeladen. Auch auf Reisen ist sie im praktischen Aufbewahrungsbeutel immer dabei. Und lässt dein Gesicht erstrahlen. Die elektrische Silvercrest-Gesichtsreinigungsbürste. Exklusiv bei Lidl. Natürlich mit 3 Jahren Garantie. Lidl lohnt sich.